Ähm, nein, da müssen wir wohl nicht lang. Es sind auch wieder hier zwei Siegel, da haben wir nur eins. Sammeln können wir hier gar nichts. Da ist das andere. Das ging schnell. Das war's. Und da freut sich Li aber. Alles klar, wir kämpfen mit Li. Oh, ich hoffe, wir können jetzt Li's Ulti sehen. Also gegen Gai. War irgendwie zu erwarten. Wir mussten ja auch eben mit Tenten gegen Neji und nicht gegen uns selbst. Eigentlich wollte Li doch gegen sich selbst, aber naja. Ein Kampf ist ein Kampf. Oha, oha, oha. Der geht aber ganz schön zur Sache. Haha, Mist. Oh, geschafft. Oh, ein schöner Schlag. Oha, ich bin rot. Oh, das ist cool. Gewonnen. Oha, die Aufnahme ruckelt gerade, wie ich gerade sehe. Ich hoffe, das ist jetzt... Moment. Ich klicke den Kampf mal ganz schnell weg. Bei mir sieht das nämlich gerade so aus, als würde die Aufnahme gerade ruckeln und das wäre jetzt nicht so toll. Muss ich mal nach der Folge reingucken, sonst müsste ich das jetzt nochmal aufnehmen. Aber es wäre nicht das erste Mal, wo es so aussieht, als würde es ruckeln und dann doch nichts ist. Oh, ganz schön. Oha, ist das Ruckelt. Oha, oha, oha. Aber ich weiß, Neji und nach das sind nicht gut. Naal, wenn ihr das anxiety oder nicht, dann seid ihr, was ich das nicht so statistisch. Oha, oha. Oha, oha. Oha, oha. Das war's für heute. Okay, Sakura. Nicht schlecht. Ganz und gar nicht schlecht. Der von dir gesteuerte Charakter ist jetzt Naruto. Müssen wir jetzt nicht eigentlich einfach nur da rein? Es nervt mich gerade, dass das in der Aufnahme so ruckelt. Ich gucke ein bisschen hin und her. Aber eigentlich ist es gespeichert. Wenn es falsch ist, dann gucken, spiele ich das einfach noch mal. Bist du bereit? Ehrlich gesagt nein. Ich wollte mal ganz kurz gucken wegen Leben und so. Alles voll. Jetzt kann es losgehen. Das war's. Okay, ich habe jetzt die Frage. Ich glaube, das war's. Also, was ihr in den Augenblick? Oder ist das ein Ding? Ich weiß nicht, wie was ihr erzählt hat. Wie soll es äußerst? Ich habe noch einen Moment, dass diese Schwerke aus dem Krono-Han ist. Säsoi, Deta, ich habe die beiden mit dem Krono-Han. Aber ich werde den Krono-Han nicht mehr so schwer. Ita-Chin, wie viele Krono-Han sind die Krono-Han? Die Krono-Han ist der Krono-Han nicht mehr so schwer. Was ist das? Keine Ahnung, was das? Keine Ahnung, was das nicht mehr? Keine Ahnung, was das noch nicht mehr? Keine Ahnung, was das noch nicht mehr? Gahra... Mära... Mära! Ich bin der Mann! Das ist der Mann. Das ist ein bisschen lustig. Frau, wenn ich das sagen würde, wird es vielleicht passieren. Aber diese Fähigkeiten machen. Hey, der Norma ist nur eine Person, aber... Es geht nicht auf die Fähne. Ich habe mich nicht gewusst. NARUTO! Ich glaube, ich werde es nicht verletzen. NARUTO, ich werde mit dem anderen Weg gehen. Sakura und Chiyo-Bahäuser werden mit dem anderen Weg gehen. Ich habe es geschafft. Welcher Kampf kommt jetzt als erstes? Der gegen Deidara oder der gegen Sasori? Sasori. Der gegen Deidara oder der gegen Sie, die ich für mich versuche, ist das für mich sehr wichtig. Ich kann nicht sagen, dass ich das nicht so schrecklich sein kann. Ich kann nicht nur ein Wunschwerden. Ich kann nicht nur ein Wunschwerden. Ich kann nicht nur ein Wunschwerden. Das ist ein Wunschwerden. Aber es ist gut, dass ich mich nicht so schrecklich bin. Was? Ich habe die Hildko verletzt. Hildko? Ich habe die Hildko verletzt, dass die Hildko ist. Dann habe ich die Hildko verletzt. Hildko? Ich habe die Hildko verletzt. Ich habe die Hildko verletzt, aber ich habe die Hildko verletzt. Wenn du, die Hildko verletzt hast, dann bei diesem Geist. Ich habe die Hildko verletzt, aber ich habe die Hildko verletzt. Ich habe die Hildko verletzt. Das ist das wirklich, was ich? Ich glaube, das ist ein Wachstum, und wir werden mit diesen beiden produzieren. Ah, das ist das. Ja, das ist das, was du gemacht hast. Das ist mein Vater und mein Vater. Das war's für heute. Wie soll ich das so machen? Ich habe mich schon gesagt. Ich habe schon gesagt, aber... Ich werde es nicht verstehen, ob ich es nicht tun kann. Ich habe mich nicht mehr darüber gesprochen. Ich werde es schnell machen. Schau mal, Saku. Ich habe keine Angst. Es ist nicht nur das, was ich. Du hast auch den Blumen gelegt, was der Blumen gelegt. Wenn du ein wenigstens in deinem Körper bist, dann kannst du das Leben für dich. Ja. Ich werde dir das Erdbein. Ich werde dir das Erdbein. Bist du bereit? Ja. Ladebildschirm erstmal. Und dann kann es losgehen. Sakura mit Partner Shio gegen Sasori. Ich habe keine Ahnung, wie Sasori kämpft. Also ich weiß es noch aus der Serie ein bisschen. Und ja. Ich mag keine Marionettenspieler. Ultimatives Jutsu und Erwachen nicht einsetzbar. Gegner Immun gegen alle negativen Statuseffekte. Voll. So Sasori. Wir gehen gleich aufs Ganze. Oh. Jetzt müssen wir also drücken. Passt. Okay. 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 Oh. 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 Oh, das war auch knapp, ich glaube diesmal kriegen wir die Sterne nicht voll. Ach, du Scheibenkleister. Ist Sasori von Marionetten umgeben, blockieren sie deinen Weg. Suche eine Lücke, greif an und zieh dich zurück. Benutze deine Hilfe um die Marionetten aus dem Weg zu räumen. BAM! Das wollte ich gar nicht. Nein, Shio! Alles klar, das sind die Marionetten. Ich bin mir in der Welt. Ich bin mir nicht dran, ich bin nicht dran, ich bin dran. Ich bin mir nicht dran, ich bin dran. So, vielleicht zweimal getroffen. Aha! Oh, oh. Es ist ein Schlaf. Aber... ... 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 Voll versaut. ... ... ... Ja, die Sterne sind voll. Oh... ... ... Oh Gott. Huch. Okay, das war cool. Das wusste ich auch, wie wir machen. Okay, das war zwar nicht mit Absicht, aber es hat sich gelohnt. Und wir haben ihn besiegt. Das war nicht mit Absicht. Das war nicht mit Absicht. Okay. Das war nicht so. Du bist so? Das war nicht so. Du bist so. Yes! Ja, geschafft. Abscheulicher. Prügelnder. Ein paar Titel haben wir jetzt wohl bekommen. Ich muss gleich mal gucken, ob die Folge überhaupt jetzt richtig aufgenommen wurde. Aber noch ist es nicht vorbei. Noch ist es nicht vorbei. Denn es bleibt noch Deidara. Was ist es nicht vorbei? Ich habe es geschafft, Tsuya-Baa-Sama. Ja. Was ist das, Sakura? Ich habe es schon wieder gedreht. Ich habe doch schon schon geholfen, dass ich mich anstreben. Ich habe das Angelegenheit für meinen Gehirn geholfen. Ich habe doch schon vorgestellt, dass ich mich anstreben habe. Ich kann es nur noch nicht so schnell sein, wenn es mein Gehirn drin ist. Hey, wenn ich so, dass ich das, wenn ich das so mache, dann wird es gut sein, aber... Ich bin so優しい, aber... Ich werde sofort, dass ich das Schmerzen werde. Das ist Schluss! Was ist das? Das ist das letzte Mal, Sassoli. Der Körper von Krakuli kann man nicht mehr gegen die Schmerzen. Aber wenn man die Schmerzen gegen die Schmerzen gegen die Schmerzen hat, dann kann man nicht so gut sein. Huh. S-Sakura! Was ist das? Ich glaube, es ist nicht ein Geheimdienst. Es ist ein Geheimdienst. Es ist ein Geheimdienst. Geheimdienst? Geheimdienst. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Was? Es war noch ein bisschen, aber es war noch ein wenig... Es war ein Schuss. Aber es war's. Ich werde ihn mit dem Orochimaru verlassen. Aber es war ein Schuss. Ich habe mich verletzt. Du... Du bist mit Orochimaru. Hm? Wer ist denn da? Was ist denn, du? Du kennst dich mit Orochimaru? Entschuldigung! Wer ist denn da? Wo ist denn da? Haha... Es ist gut. Ich habe mich überrascht. Ich werde dir das. Wenn du mit Orochimaru möchtest, hast du mit Orochimaru? Das ist ein Einzelkirchen? Ich bin mit Orochimaru. Ich bin mit Orochimaru. Ich bin mit Orochimaru. Dann ist es dafür. Ein Ilterrahmset. Es ist etwas, wenn du mit Orochimaru. Ein Allerwebender Geist. Ein Allerwebender Geist. Ein Allerwebender Geist. Nein, das stimmt! Sasori. Sasori.